Sally, legen wir los. Äh, geil. Ich bin jetzt rein. Boah, die gestreckt worden. Ja, Johnny gewinnt das. Alter. Alter, ich hab drei Boris-Geschütze hier schon stehen gehabt. Das will ich jetzt nicht. Ich hab da neutralisiert. Ich komm zurück. Diese Position einheben. Wir greifen bei Bravo 1 an. Wir haben die Kontrolle über Sektor Bravo übernommen. Wir kontrollieren den Großteil der Sektor. Wir haben die Kontrolle über ein Ziel verloren. Abdeck. Abdeck. Amerikanische Streitkräfte attackieren Proxtrot 2. Wir haben die Karte. Und wir gehen. Woh-huu. Ja, ja, ja. Ich glaube, wir haben die Karte. Was macht man dazu? Was macht man dazu? Was macht man dazu? Wir haben Alpha 1 erobacht. Bleiben sicher Transporter gearmt. 120. Distanz 110 Meter. Wir kontrollieren den Großteil des Gebietes. Alter. Wir stehen unter Beschuss. Delta 1. Ich dachte eben nur, ich höre doch Steps, ey. Hier. Boah. Oh, da ist schon hier. Ja, der Rambl ist direkt links in der Ecke. Ich bin an ihm vorbeigerat. Oh, ich hab ihn. Nice. Alter, jetzt hat der Dozer schon. Wie schafft der das? Jawohl, Johnny, gut. Oh, hat mich, brech mich. Um D kämpfen und dann gucken wir, wo's hingeht. Der Kern folgt nicht. Boah, da geht's aber auch gerade massiv ab hier bei Dora, ey. Oh, Gott. Oh, Mann, die Dings hat auch Bomben an die Morche. Oh, Gott. Krass, jetzt hab ich die PWA schon auf T2. Nice. Jetzt geht's mit der MP9 weiter. Damals, wo ich mit dem gespielt hab, war ich noch voll der Nug. Aber dann, nur Headshot. Boah, der gibt ja Gas. Nice, Johnny, da sah ich in der Außenpolitik aus. Ich will mal so ein bisschen warm schießen mit mir. Ja, ja, ist da. Ne, hier rechts. Oh, nein, ich steig kurz aus. Oh, nein. Hat mich an. Ah, ah, ich hätte dich gut. Na, gut. Oh, Jo, äh, kommt hier, oder? Vielfachen Kill, ja? Nice. Dann nochmal. Oh, Jo, Indu, siehst du den rechts, Johnny? Ja. Wenn du den kriegst. Oh, ich schlechte. Äh? Wir müssen endlich Sektoren sichern. Zeit hat mehr Eintrasswolle. Oh. Warte, ich kann den Fähig machen. Nicht Medic, meine ich. Aber vielleicht, äh, ja. Ja, ich kann dir nicht mehr holen, das ist neid. Ich muss das. Uh, uh, uh. Ja, nicht ganz, aber dann haut er ab, aber es nicht kann keine Wolken mehr werden. Oder die Stealth-Botos ist gleich. Ah. Das ist doch eine Tee-Bot-Reihe. Das ist doch eine Tee-Bot-Reihe. Juhu! Boah. Doppelkill mit Dämpfen. Sinn. Dämpfereee. Füh... Shrach zuFähig. Wir müssen die Schlacht wieder unter Kontrolle bringen. Da ist so eine Kugel auf so einem Turm, ganz hoher. Da sind wir alle. Sprich auf, Magister 280 ungefähr. Wir haben gerade die Kontrolle über ein Ziel verloren. Langsam pfeifen sie auf dem letzten Loch. Über uns. Sehr schön. Ja. Verteidigung ist einsatzbereit. Ich bin dabei. Ziel lokalisiert. Wir wurden von einem Ziel verjagt. Wir überwachen eure Fortschritte. Und greifen eines unserer Ziele an. Wie haben die denn jetzt Tschachli bekommen? Das ist echt mutig im Bad. Ja. 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 Ja.